hallo in die runde danke fürs einschalten meine hand ist kaputt deswegen alles heute ein bisschen ohne technik ihr seht es im hintergrund ich habe es ein bisschen neu geordnet rechts von mir auf der seite seht ihr deutlich mehr platz jetzt für die cobalt press sachen ich habe ein paar sachen und werde ich auch noch von den offiziellen sachen wegräumen das meine art von stillen protest und ich werde dafür die cobalt press sachen die da oben über den anderen sachen noch aufgetürmt sind werde ich einfach einordnen ich habe für euch neue sachen zu open game lizenz und so dem projekt black flag von cobalt press das ist die offizielle statement von uhrsatz of the coast und ich weiß nicht wie es bei euch ist ich habe gelernt dass wenn man sich entschuldigen will anfängt mit tut mir leid ich habe da mist gebaut brink der exekutiv producer geht einen anderen weg oh ja d und d lang großes ding für uns alle und ja es bringt liebe und leben und spaß in unser alles leben ja das ist so toll die letzten tage waren hart für uns für jeden von uns als spieler fans und content creator et cetera wollen wir die sachen jetzt langsam auf sich beruhen lassen und wollen zukünftig in die zukunft gucken blablabla ich bin jetzt hier um über den vorausliegenden weg mit euch zu reden erstes starten wir mit einer entschuldigung es tut uns leid wir waren falsch mal ganz ehrlich wenn man damit anfängt ja das war ja alles hart für uns alle bullshit entschuldigung leute wir haben mist gebaut das wäre eine einleitung gewesen nicht so ja dann ja blablabla open game license es tut uns leid dass wir die anderen creator vor den kopf geworfen haben und es tut uns auch leid dass wir uns so lange nicht gemeldet haben und es nur noch schlimmer geworden ist von jetzt an soll alles besser und transparenter werden wenn euch das bekannt vor bekommt ja das ist weil wir das schon immer so gemacht haben mit playtest et cetera das soll jetzt allerdings nicht nur die arten öfter kana sondern auch die ogl betreffen das ist was jetzt kommt vor freitag dem 20 werden wir eine neue open game license rausbringen und feedback genauso wie wir das bei dem playtest material machen dann bewerten bla 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 es ist ganz einfach leute haltet die fresse rudert zurück ihr braucht keine neue open game license wozu braucht man eine neue offene spiel lizenz die schon gut war dieses fadenschein argument hass gleichstellung wogmüll et cetera braucht man im spiel nicht das gibt es nicht ich habe keinen rassistischen content bisher bei dungeons and dragons gesehen so sie werden auf jeden fall sich das feedback anhören bla 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 analysieren und dann endlich mit euch zusammenarbeiten und eigentlich ist es ja sogar gut was wir für euch tun weil wenn ihr nämlich neue videos et cetera mit unserem content ja mit unseren büchern wenn ihr quasi gratis werbung für uns macht weil ihr die bücher vorstellt die wir verkaufen wollen und ihr die umsonst vorstellen dürft ja das ist urheberrechtlich eigentlich gar nicht gedeckelt wir sind einfach nur so lieb und toll und haben euch das bisher erlaubt dass ihr gratis werbung für uns machen dürft sind wir nicht toll natürlich wird es wenn ihr euren eigenen content macht das nicht irgendwie betreffen und hier liegt der hase im pfeffer wenn ich nämlich offiziell etwas produziere nehmen wir an ich mache ein monster buch hier genau da links drin und dieses monster buch verlege ich dann kommen sie nämlich und sagen das ist aktuell nicht mehr drin und das wollen sie jetzt alles mit reinnehmen und sie wollen ja so toll sein und ja also ich glaube ganz ganz doll kommt einiges zu spät nichts was bisher veröffentlicht worden ist wird irgendwie verändert unter dem ersten ok das heißt alles was bisher veröffentlicht ist hat den stand gut retrograd ich weiß nicht wie das in ameristan ist in deutschland wäre das eh so ab tag x wenn ab heute strafbar ist in der öffentlichkeit zu pupsen würde es nicht für gestern zählen dementsprechend ja gut es ist ameristan da ist alles möglich von jetzt an werden wir wieder uns bis freitag hören und wir freuen uns mit euch darüber zu reden über neue open game lizenz kyle brink du bist so ein vollidiot mal ganz ehrlich so entschuldigt man sich nicht das ist ein trotziges kind hat eine entschuldigung schreiben müssen obwohl sie es gar nicht wollte genau so ist es das ist für mich ein absolutes no go aber es wird noch besser weil wo schlechte nachrichten sind und das ist für mich eine schlechte nachricht gibt es auch noch gute nachrichten kobold press hat hier das projekt schwarze flagge black flag ausgerufen und heute kamen updates dazu bei ihnen auf der seite eigentlich sind es mehrere updates das eine spielt hier mit rein das ist wichtig ich habe ja schon mal vorgestellt dass es ein zusätzliches buch mit neuen magier zaubern etc oder generell zauber sprüchen gibt das arkhan volume 1 und die haben gerade auf dem kickstarter variante 2 dazu mache ich nochmal ein eigenes video wenn ich das erste vollstelle am wochenende mache ich jetzt das monster quatsch das abenteuer ihr könnt immer noch abstimmen aktuell sieht es nach empire of the ghouls aus und dann werde ich vorbereiten das zauberbuch und werde dann auch auf das zweite eingehen wichtig jetzt hier einmal black flag und zwar das wichtigste ist william o'brien hat hier dieses banner gemalt an anlehnung of manowar das wichtigste was steht ist sie werden eine open game lizenz für ihr projekt machen und jeder kann im endeffekt ist es so wie früher die alte open game lizenz für die und die war das einmal zusammengepasst playtest kommt im februar 23 das ist nicht mehr lange hin das ist richtig cool dafür kann man sich anmelden ich werde euch auf dem laufenden halten ich werde immer wenn was neues rauskommt ich habe mich dafür angemeldet werde das testen werde mir das durchlesen und dann wird es hier immer zu black flag jetzt eine neue folge geben und das wichtigste ist wo habe ich es denn stehen irgendwo steht es drin das ist genau hier steht es print and digital formats for project black flag final release and deep magic will be forward competitive with a project rule system das heißt dass im ersten deep magic so heißt es nicht nicht arcan sondern deep magic heißt es im deep magic sind ganz normal 5i zauberklassen drin und zaubersprüche das heißt wenn es kompatibel ist und man sich keine neuen bücher kaufen muss heißt das alles andere auch kompatibel ist dass die monster bücher kompatibel sind im endeffekt vielleicht minimale abwanderung dass man da sich die fähigkeiten anders nennt oder wie auch immer auf jeden fall wird das so sein dass dieses system so lese ich es kompatibel ist mit d und d fünfter edition und das ist eigentlich das beste was wir hoffen können weil vielleicht werden sich dann andere diesem projekt anschließen und cobalt press macht das sehr schnell und sehr gut weil sie halt schnell die playtests raushauen und dementsprechend allen anderen verlagen zeigen hey leute wir haben hier was andere verlage haben ja auch ihre eigenen projekte angekündigt und wenn sie die ersten sind die das rausbringen und dann schaffen die anderen verlage auf ihre seite zu bringen hat das projekt auch zukunft ich glaube dass wir seit ganz viel vertrauen verspielt hat und die letzten projekte waren auch nicht gut und das weiß ich nicht ob es gut wird das wird sich zeigen aber fakt ist man muss einfach mal hoffen und da ist projekt black flag von cobalt press vielleicht eine sehr gute sache in diesem sinne beende ich erstmal für heute das ja ogl gate mit dem positiven aussichten von black flag ich verlinke euch den artikel unten drunter und dann hören und sehen wir uns beim nächsten mal danke fürs zuschauen macht's gut tschüss vamos oh wir 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 wir